Hey Leute, hier hatte ich euch jetzt mal wieder Nesha mitgebracht. Mit Update 35.5, ihr habt es vielleicht mitbekommen, kam da so ein nettes kleines Nesha Augment und long story short, Nesha ist jetzt einer der stärksten Warframes im gesamten Spiel. Das muss man einfach anerkennen und ich muss auch sagen, die neue Spielweise mit dem Augment ist super easy, ist angenehm und macht mir persönlich auch Spaß. Und dazu kommt, dass wir halt noch einen Big Boom haben und einfach alles um uns rum stirbt. Also alles in allem super geil. Man muss aber auch ganz klar gesagt haben, die Fähigkeit ist ein bisschen over the top momentan und es ist nicht ganz klar, ob das jetzt auch so in Zukunft bleiben wird, aber solange es so ist, können wir es ja genießen. Und nur damit ihr gerade mal versteht, wie geil die Fähigkeit ist. Wir haben eine Reichweite von über 50 Metern, kein Line of Side Check und in dieser Reichweite stirbt alles, was wir aufschließen können mit den Speeren. Und es wird sogar immer besser. Wir sind super flexibel in unserer Spielweise. Wir können uns entscheiden, wollen wir alle Kills mit Waffen machen, wollen wir alle Kills mit Fähigkeiten machen und schaut euch einfach mal jetzt den Damage an. Boom, alles tot. Und das Gerade war jetzt noch nicht mal besonders gut. In normalen Missionen hatte ich teilweise schon über 160 Schnittbrox auf den Gegnern. Ich kann das Ganze auch mit einer Nahkampfattacke machen, mit einer Heavy Attack dann. Und schaut es euch mal an, alle Gegner tot. Das Ganze funktioniert aber auch mit zum Beispiel einer Sekundärwaffe oder Primärwaffe, die Schnittbrox macht. Und auch hier, alle Gegner One-Hit. Wobei ich sagen muss, letzteres ist am inkonsistentesten und alles in allem ist Nesha einfach super stark. Also ihr seht, egal wie man Nesha spielen möchte, ob mit einer anderen Warframe-Fähigkeit, über einer Nahkampfwaffe mit Heavy Attack oder über eine normale Waffe, für jede Spielweise ist da etwas dabei. Mein Favorit ist ganz klar der Fähigkeiten-Bild, beziehungsweise der Heavy Attack-Bild. Die sind ganz cool. So ein Waffenbild ist auch ganz nice, aber da würde ich dann vermutlich eher auch den Frame etwas anders modden. Aber das ist Geschmackssache. Ich wollte euch jetzt nur am Anfang direkt mal gezeigt haben, wie viel Damage-Potenzial Nesha hat, weil wenn man die Forstory von dem Frame kennt, von einem der schlechtesten Frames überhaupt, zu einem soliden Frame und jetzt zu einem wirklich guten Frame, da muss man sowas vielleicht erst mal gesehen haben. Okay, aber nachdem wir jetzt das Damage-Potenzial gesehen haben, schauen wir uns doch mal an, wie viel der Frame auch einstecken kann. Hm, wir haben 37 Schilde, also mit anderen Worten, wir sind super tanky. Weil, sind wir gerade mal ganz kurz ein bisschen realistisch, wir casten einfach nur eine Fähigkeit und unsere Schilde sind wieder aufgefüllt. Mit anderen Worten, wenn wir es drauf anlegen, kommen wir immer wieder direkt ins Shield-Gate rein und sind deshalb semi-unsterblich. Man muss aber an dieser Stelle ganz klar gesagt haben, wir brauchen das Shield-Gate nicht unbedingt, weil rein theoretisch können wir die Gegner auf 50 Meter im Stun halten mit Heilige Sperre und das funktioniert bei fast allen Gegnern. Ich sage jetzt mal, Eximus mit Overguard funktioniert nicht so gut und ja, so ein paar Special-Gegner. Aber da gibt es auch andere Methoden, wie man jetzt abgesehen vom Shield-Gate beziehungsweise mit einem Shield-Gate-Bild überleben könnte. Jetzt lasst euch bitte nicht erschrecken. Ich habe 5 gelbe Archon-Scherben drin, die braucht ihr nicht. Ich würde sagen, ihr braucht 2 Stück, 2 mit Aktivierungsgeschwindigkeit. Ihr könnt natürlich auch Naturtalent in euren Frame reinmachen, funktioniert auch, aber den Mod-Platz würde ich mir gerade hier sparen wollen. Ich habe tatsächlich sogar 4 Scherben mit Aktivierungsgeschwindigkeit drin, kann ich euch auch wirklich empfehlen, und eine Scherbe mit Wirksamkeit für Energiekugeln, was bedeutet, jede Energiekugel gibt mir sogar noch 75% mehr Energie. Das ist auch eine wirklich spannende Sache, die ich bei mehreren Frames momentan verwende, und ich kann euch nur empfehlen, falls ihr mal eine gelbe Scherbe übrig habt und einen Frame, den ihr wirklich mögt, probiert es mal aus, das kann einen Unterschied machen. Und gerade bei Nesha, ihr braucht es nicht, aber ihr werdet es merken und ihr werdet es vermutlich lieben. Ich muss aber sagen, gerade bei den Scherben musste ich mir auch wirklich viele Gedanken machen, was überhaupt Sinn macht, weil ich habe relativ wenig Stärke drin, was bedeutet, mein Damage-Multiplikator von der Ulti ist auch etwas niedrig. Der steigt natürlich noch an durch Wechselerweiterung, aber mehr Stärke wäre geil gewesen. Die Sache ist jetzt, ich hatte am Anfang schattenhafte Verstärkung drin, und das ist jetzt eine Sache, die ich bei vielen Builds in letzter Zeit schon bemerkt habe. Schattenhafte Verstärkung, also Umbral Intensify, gibt uns 44% Fähigkeiten Stärke. Wenn ich Primed Fluss reinmache, bekomme ich 400 Energie mehr. Ich glaube, es waren 416. Wenn ich jetzt drei große blaue Scherben reinmache, für mehr maximale Energie, bekomme ich 225 Energie dazu. Und wenn ich drei große rote Scherben reinmache, mit jeweils 15 Fähigkeiten Stärke, bekomme ich 45% Fähigkeiten Stärke dazu. Das bedeutet, mit drei großen roten Scherben hätte ich 1% mehr Fähigkeiten Stärke, aber 200 mehr Energie, als wenn ich Umbral Intensify reinmache und drei große blaue Scherben. Aber man muss sich jetzt auch fragen, brauche ich diese große Maximal Energie überhaupt? Und das ist eine Sache, die man halt selbst abwägen muss. Also an der Stelle kann ich dann wirklich sagen, überlegt, ob ihr noch mehr Aktivierungsgeschwindigkeit und Wirksamkeit bei Energiekugeln reinmacht, ob ihr drei große rote Scherben reinmacht und dafür Primed Fluss vielleicht noch, oder ob ihr drei große blaue reinmacht und stattdessen schattenhafte Verstärkung. Das ist euch überlassen und ich würde in keinem der Szenarien jetzt wirklich sagen, dass es besser ist. Es ist anders zu spielen, es kostet andere Scherben und es kann einer Person vielleicht mehr liegen. Weil mir zum Beispiel ist die schnelle Aktivierungsgeschwindigkeit wirklich wichtig. Dadurch kann ich auch mehr Fähigkeiten und mehr Statuseffekte auf die Gegner bringen und dadurch massivst mehr Schaden machen. Aber ihr könnt natürlich auch über einen höheren Schadensmultiplikator gehen und dafür mehr Schaden machen. Also das ist absolut euch überlassen. Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann und ich denke, ich habe jetzt mal genügend herausgestellt. Ich habe euch jetzt zwei Builds mitgebracht. Das eine ist ein Kollerbo-Bild, bei dem ich über Heavy Attacks von meiner Nahkampfwaffe gehe. Da würde ich euch auf jeden Fall was empfehlen mit geforsten Slashprogs, wie zum Beispiel die Tenetlevia. Tenetlevia, das war ja vorher die stärkste Slashprog Heavy Attack-Waffe oder zum Beispiel die in Canon Hate. Beide sehr stark. Das andere ist ein Build über Dunkler Vers, also die Dante-Fähigkeit und auch das ist super, super stark. Aber auch hier wieder. Seid ihr flexibel und vor allen Dingen müsst ihr euch fragen, was ihr spielen wollt, wie viele Gegner kommen und wie ihr spielen wollt. Als kleines Beispiel. Ich habe das Ganze in einer Exterminate-Mission mal gespielt, Steephev, und tatsächlich waren die Gegner etwas weit gespreadet, was bedeutet, ich habe mit meiner Dante-Fähigkeit gar nicht so viele Slashprogs auf die Gegner draufbekommen, weil wir treffen ja alle Gegner, die vor uns sind, in einem 50-Grad-Winkel und das hier sogar auf 53 Meter. Aber wenn da halt nicht viele Gegner gerade sind in diesem Sichtbereich, kommen halt auch wenig Schnitt-Effekte drauf. Das bedeutet, der Damage war so low, dass die Gegner nicht gestorben sind und vielleicht nur die Hälfte von ihrem Leben verloren haben. Natürlich kann man dann die Fähigkeit auch öfters casten, überhaupt kein Problem, aber es hat sich dann manchmal nicht ganz so schön angefühlt. In dem Fall wäre dann zum Beispiel der Kulerwo Heavy Attack Build deutlich besser gewesen, weil da brauchen wir nur einen Gegner, machen auf dem diesen ultra starken Schnittbrock und dadurch sterben dann alle. Genauso hätte man dann auch noch über ein ganz anderes Bild gehen können mit, sagen wir mal, Rhino brüllen und mit einer Waffe draufschießen. Aber ich muss sagen, dieser Bild hat mir persönlich jetzt überhaupt nicht gefallen und deshalb habe ich das Ganze auch jetzt mal nicht weiter verfolgt. Gut, aber ich denke, jetzt können wir mal endlich auf den Bild zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber Nesha ist relativ flexibel und das fängt auch schon bei der Aura im Dante-Bild an. Ich habe jetzt Feindradar drin für plus 30 Meter Reichweite. Ich möchte mal kurz, dass ihr diesem Gedankengang folgt. Unsere Ulti hat eine Reichweite von 50,35 Metern, also 50 Meter. In unserem Cavet haben wir Prime Tierischer Instinkt drin, was uns 55 Meter Beuteradar und 33 Meter Feindradar gibt. Das bedeutet, mit den 30 Metern durch Feindradar haben wir eine Reichweite, die höher ist als unsere Fähigkeiten-Reichweite, was bedeutet, wir sehen auch, wie wir unseren Frame am besten platzieren können, oben auf der Minimap, um maximal viele Gegner mit unserer Ulti zu treffen. Gleichzeitig ist das Beuteradar auch noch größer als die Fähigkeiten-Reichweite, was bedeutet, wir sehen, wo der Loot droppt. Aber, da wir ja wirklich viel und agil unterwegs sind, kann es sein, dass dann trotzdem der Loot hinter uns droppt und wir das nicht mitbekommen. Deshalb wäre an dieser Stelle die zweite Aura, die ich euch empfehlen würde, der Beutetetektor mit nochmal plus 30 Meter Reichweite. Kann man machen. Ich bin auch ziemlich indifferent zwischen den beiden Auren, aber der Feindradar kam mir jetzt einfach irgendwie sinnvoller vor. Als nächstes haben wir kontrolliertes Rutschen drin, damit wir Näscher auch kontrollieren können, ansonsten knallt man gegen jede Wand. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir in dem Fall dann gezwungen sind, diesen Mod zu verwenden, weil ich muss gestehen, ansonsten hätte ich vielleicht noch mit dem Listige Drift Mod geliebäugelt, bei dem ich nochmal ein paar Meter mehr Reichweite bekomme. Aber sind wir gerade mal ganz ehrlich, ob wir 50 oder 53 Meter haben, das macht es zum Schluss da jetzt wirklich auch nicht mehr aus. Und von daher ist das wirklich nicht dramatisch. Ansonsten überdehnt, Ausdehnung und Augureichweite für maximale Reichweite auf heilige Speere und dunkler Vers. Katalysierende Schilde, damit wir nur 37 Maximalschilder haben. Primed Fluss, habe ich ja eben schon gesagt, könnt ihr stattdessen auch Umbrella Verstärkung reinmachen. Und heilige Vergeltung für den Damage. Ihr habt es schon gemerkt, die beiden Mods hier oben, Flüchtige Expertise und Stärke, habe ich übersprungen. Das ist nämlich auch wieder, ihr hättet es jetzt vielleicht nicht gedacht, aber sehr flexibel. Weil im Endeffekt wollt ihr wenig Dauer auf eurer Ulti haben. Ihr wollt nicht zu wenig haben, aber ihr könnt es mit minimaler Dauer spielen. Aber ihr wollt auch nicht zu viel haben, weil sonst müsst ihr eure Ulti manuell deaktivieren. Und für mich persönlich ist der Sweet Spot bei circa 2,7 Sekunden. Und nur damit ihr gerade versteht, in welchem Bereich wir uns bewegen, wenn es hier um die Dauer geht, es geht so von 0,5 bis 2 Sekunden, was wir hier an Feintuning machen können. Als kleines Beispiel, wenn ich Flüchtige Expertise jetzt auf Max reinmache, habe ich eine Dauer von 1,5 Sekunden. Das funktioniert, das kann man machen. Aber ich persönlich habe einfach gemerkt, ich hatte damit Probleme bekommen. Zum einen super hoher Stressfaktor, zum anderen hat es manchmal gebackt, dass ich nach Heilige Speere nicht direkt dunkler Vers casten konnte, was bedeutet, die Gegner waren wieder auf dem Boden und ich habe nicht meine Fähigkeit aktiviert bekommen. Und das war jetzt bei 1,5 Sekunden. Bei 2,7 Sekunden da hatte ich kein Problem, selbst wenn es nicht funktioniert hat, danach immer noch zwei bis dreimal dunkler Vers zu casten. Und die Gegner sind auf jeden Fall gestorben. Weil, wenn da ein paar Gegner stehen, einmal casten, reicht damit, alle sterben. Weil, wie gesagt, wir treffen jeden Gegner, jeder Gegner bekommt Schnittbrox, jeder Schnittbrox wird an jeden anderen Gegner weitergeleitet und im Endeffekt habe ich da um die 100, 150, 160 Schnittbrox da auf den Gegnern drauf. Was man auch überlegen könnte, wäre natürlich, flüchtige Expertise auf Max reinzumachen und stattdessen flüchtige Stärke auf einer niedrigeren Stufe. Aber, ja, das müsst ihr halt entscheiden. Es hat zwei Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Zum einen haben wir hier eh nur eine Minusdauer von 27%, was jetzt nicht wirklich viel ist. Im Vergleich zu hier, was minus 60% sind. Und zum anderen, flüchtige Expertise sollte man ja eigentlich eh auf mehreren Stufen rumliegen haben, weil das eh ein Mod ist, mit dem man gern mal Feintuning betreibt. Flüchtige Stärke habe ich tatsächlich noch nie dran gedacht, den auf mir auf einer anderen Stufe hochzuziehen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Blinde Wut, was ich auf fast jeder Stufe habe. Also von daher, ja, kann man machen, aber damit macht man dann wirklich Feintuning im, keine Ahnung, 0,2 Sekunden Bereich. Ist möglich, aber dadurch hätten wir dann auch wieder weniger Stärke. Und da ich mich hier unten ja für Primed Fluss entschieden habe, war flüchtige Stärke auf Max halt dann in dem Fall das, was ich angepeilt habe. Weil mit 110% Stärke, Flat am Anfang, ist natürlich jetzt nicht die Welt. Aber da kommen natürlich noch Wechselerweiterungen drauf, also nochmal 60% mehr und dann funktioniert das natürlich ganz gut. An der Stelle muss man jetzt natürlich bedenken, ich habe auch die große gelbe Scherbe für Wirksamkeit bei Energiekugeln drin, weshalb weniger Effizienz für mich überhaupt kein Problem ist. Ihr seht schon, wenn ihr etwas beim Bild verändert, müsst ihr halt schauen, dass das Komplettpaket stimmt. Ich musste viel testen und das hat halt für mich wirklich super gestimmt. Auch zum Schluss habe ich da noch Arcana Antrieb drin für Energiebursts, die meine Energie wieder auffüllen und im Normalfall sollte sich meine Energie im oberen Bereich bewegen. Also das ist hier überhaupt kein Problem. Was man auch überlegen könnte, wäre zum Beispiel anstelle von Primed Plus einfach Stromlinie reinzumachen. Gut, als nächstes gehen wir auf den Kollervo-Bild ein. Im Endeffekt sind alle Mods gleich, aber ihr solltet zwei Sachen beachten. Zum einen, ihr solltet auf keinen Fall auf weniger Dauer gehen. 2,7 Sekunden ist hier die Schmerzgrenze und wenn ihr weniger drin habt, schafft ihr es vermutlich nicht, auch nur eine Heavy Attack auf die Gegner zu bringen. Die andere Sache ist flinke Dynamik. Das ist super gut, weil wir arbeiten hier eigentlich nur mit Heavy Attacks und eine bessere Wind-Up-Time ist einfach super. Ihr habt es vielleicht auch schon bemerkt, dass ich keine kurze Ruhe drin habe, also Brief for Spite und das hat einen ganz einfachen Grund, wir brauchen es nicht. Zum einen ist unsere Ulti nicht gerade die günstigste Fähigkeit, nebenbei hier ist das Interface Buggy, das bedeutet, man sieht die aktuellen Stats hier und zum anderen können wir auch über andere Methoden unsere Schilde wieder auffüllen, zum Beispiel über die Augur-Mods. Durch den einen Augur-Mod im Frame und den zwei Stück, die ich in meiner Waffe dann drin haben könnte, hätte ich alleine schon 120% und dann überlegen wir gerade mal kurz, ich habe Fähigkeitenkosten von 50 bei einem Ulti-Cast, das bedeutet, mit 40% hätte ich 20 Schilde, die ich wieder herstelle und mit 80% hätte ich schon 40 Schilde, das bedeutet, allein dann wären wir schon im Überschilde-Bereich und gerade einen Augur-Mod noch in einer Waffe unterzubringen, ist jetzt überhaupt kein Problem, weil Augur-Pack gibt uns mehr, eh mehr Basisschaden, was bedeutet, bei Slashprox wäre das jetzt zum Beispiel auch ganz schön. Hier seht ihr gerade zum Beispiel noch mein Epitech-Bild, da habe ich noch nicht meinen Arcan oder sonst was drin gehabt, also ich habe einfach meinen ganz normalen Waffenbild genommen, in dem Fall würde ich dann vermutlich Hydraulisches Fadenkreuz ersetzen. Genauso gut könnte ich jetzt auch überlegen, ob ich einfach noch einen zweiten Augur-Mod in den Frame mache, nämlich Augur-Geheimnis, oder ich denke mir einfach, hey, die Gegner sind eh alle die ganze Zeit gestunlockt und warum muss ich jetzt unbedingt mit einem Cast meine Schilde wieder komplett auffüllen, also von daher, ich habe es die ganze Zeit so gespielt, nur mit einem Augur-Mod und das hat mehr als gereicht, um die ganze Zeit wieder in Shieldgate zu kommen. Aber rein theoretisch könntet ihr natürlich auch einfach auf den katalysierenden Schilde-Mod verzichten, den braucht ihr nicht unbedingt und auch die 185 Schilde hier oben, die sind auch ganz schnell wieder voll, also im Endeffekt ist euch das überlassen, ob ihr überhaupt so spielen wollt oder nicht, das ist einfach nur eine Sache, die ich sagen muss, die hat für mich ganz gut geklappt und gerade wenn zum Schluss dann sehr viele Eximus da sind, weil die ignorieren ja meistens dann die Speere, da muss ich sagen, fand ich das wirklich super angenehm, hier über das Shieldgate zu gehen, aber wie gesagt, das ist kein Muss, genauso könntet ihr Rolling Guard reinmachen oder irgendeinen anderen Mod, der euch hilft, zum Beispiel schattenhafte Verstärkung, weil ihr dadurch mehr Schaden macht oder halt den Augur-Stärke-Mod, damit ihr noch mehr Schilde-Pro-Cast wiederherstellt. Gut, Epitef-Bild habe ich gerade gezeigt, das war einfach ein ganz normaler Waffenbild, da hatte ich nichts angepasst, ihr habt es gesehen, der Damage reicht trotzdem aus, aber so ein Primär- oder Sekundär-Waffenbild ist vermutlich noch die umständlichste Art, wie man dann hier spielen kann. Ansonsten würde mir auf Anhieb noch die Thread einfallen, die macht auch massivst viele Schnittbrocks, habe ich jetzt nicht speziell ausprobiert hier mit Nashor, aber das wird auch auf jeden Fall funktionieren. Und als Nachkampfwaffe habe ich jetzt die Hate genommen und auch das ist mein ganz normaler Bild, bei dem ich nichts extra angepasst habe. Falls ihr an der Stelle kein Riven habt, würde ich euch empfehlen, auf noch mehr Crit-Damage zu gehen, das bedeutet Gladiator Macht und ich habe es ja eben schon gesagt, die Tenet Livia wäre die andere Waffe, die mir jetzt auf Anhieb einfallen würde. Das hier wäre dann mein normaler Bild. Und Werte Disziplinen kommt natürlich in den Exelos rein, beziehungsweise braucht ihr natürlich überhaupt nicht, wenn ihr über Colervo geht. Da würdet ihr auch wieder den Gladiator Macht Mod reinmachen und so würde das Ganze dann aussehen. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wie immer, habt auf jeden Fall C-Bindungen in eurem Begleiter drin, dazu bis auf Stufe 5 mindestens und dann habt ihr flat 1,2 mehr Grid-Multiplikator. Es ist nicht Prozent, es sind 1,2, was bedeutet, das könnt ihr zum Beispiel dann hier sehen, ich klicke es an, von 5,4, was ich gemoddet habe, geht es hoch auf 6,6, weil halt 1,2 dazugekommen ist. Was ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt habe, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, ich habe in keinem meiner Builds Prime Sure Footed drin. Hatten ganz einfach einen Grund. Wir haben unser abwehrendes Halo und es ist vollkommen gleich, wie stark das Ding ist. Es ist einfach nur da, um uns vor jeglichem Status-Effekt zu schützen, was bedeutet, wir werden nicht gestackert und brauchen kein Prime Sure Footed. Also wirklich sehr angenehm und leicht. Alles in allem ist Näscher momentan auf einem wirklich tollen Stand. Der Frame nuket alles weg, er macht Spaß zu spielen, er ist einfach zu spielen, man kann ihn im Steeper verwenden, man kann damit überleben, was will man mehr. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit helfen, falls ja, lass mir doch ein Abo und Like da und bis zum nächsten Mal.